herzliche willkommen liebe freunde zu einer neuen folge let's play fifa 15 wir spielen gegen kb siberia das ist bestimmt schon kalt auf jeden fall sind wir heute noch ein mann mehr und zwar zockt der lenno mit neben dem bronzen neben dem major der curry ist dabei der towers natürlich wieder um meine wenigkeit ich hoffe ich habe niemanden vergessen ja wir spielen den pro club modus den kennt ihr ja wieder mit den arsenal trikots und drückt uns die daumen vorab auch eure tipps abgeben in den kommentaren also wir haben jetzt wirklich fast jede position hier bedeckt so eine relevante position wirklich das ganze mittelfeld ist jetzt bewegt das minfeld ja wir wollen heute den sieg hier haben wir wollen heute mal hier den sieg nach hause bringen und der lenno hat seinen charakter auf jeden fall übernommen von fifa 14 noch also ich bin jetzt hier lila wer seid ihr da jetzt ich bin rot ich bin hellblau sag mal ganz kurz solche positionen hier noch durchspielt jeder noch mal karos linker sturm ich spiele alle und rechts mittelfeld das müssen wir mal das spiel linkes mittelfeld natürlich aber dafür dann damit du das ja damit auch der erscheint war die nummer eins nicht durch quatschen durcheinander natürlich kann er flanken was auch gesehen wir haben was angekommen auf jeden fall der 10-0 der war drin er war drin, er will nicht drin lennos ist ein richtiger rebell hier auf dem feld komm komm, komm, geht's raus der schön dann zieh abkommt, zieh abkommt, zieh abkommt, zieh abkommt, zieh abkommt, zieh abkommt, yes, yes! geil, mann 1 zu 0, ja, die muffel alter, major, mann, was war das denn, ey Tor sechste Verlage, ever sehr schön alter, batz und dann hat nix gut gemacht alter, wie geil, mann Das war nur Major, mehr war das nicht. Hat er den Boxterrafen wieder ausreißen? Wollt ihr was mit dem Mikro los? Ja wieso denn? Da jetzt mal ganz kurz mit 1 zu 0, aber das heißt jetzt nicht direkt wieder ausrasten, dass wir der beste Verein aller Zeiten sind. Ja, man darf sich doch mal über den Tor freuen. Ja, darf sich freuen, aber ruhig Blut, ne? Am Arsch, Alter. Du darf sich freuen, aber bitte hör auf damit. Ja, gleich, wenn wir wieder die 10-0 verlieren, 10-1, dann komm Leute. Wir machen das jetzt mal, hier wird nichts mehr verloren. Baunste, lass dein Blut ein bisschen abkühlen jetzt. Okay, schnauze los. Wenn er nur noch einmal, weil er sagt, komm ich vorbei und zieh ihn in deine Nase. Ey Leute, was macht ihr? Ja, Leute, ihr rennt da alle drauf. Wie die Irritation? Ja, Alter. Ja, ich hab einen Pack. Ich kann nichts machen, der rennt von alleine bei mir. Was ist los hier? Er geht schon wieder los. Wer spielt denn alle? Ich. Also plötzlich hab ich keinen Sound, mein Charakter läuft einfach nach rechts. Ja, du musst wieder aus dem Bild klicken. Tapp mal raus und wieder rein. Der Reus, Alter. Also mit Alt und Enter. Ja. Erst los. Ey. Mächer, gib Gas. Es wird gefährlich, Mächer. Super. Also nicht wegrennen. Alter, wie willst du das wir haben? Komm, hau hier runter, hier runter. Jawoll! Enis! Es geht nicht. Ich hab den Pass gemacht. Ich bin hell. Weil er beklebt. Enis, ich komm in Mitte. Ah! 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 Das war so irre, Alter! Was? Sascha! Sascha, was war das denn? Mann, bist du behielt? Was war das denn? Sascha, Sascha, der neue Chancen. Torlinientechnik, sagt der Mann. Was war das denn, Alter? Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wandert der mit dem Ball an der Linie entlang, ey. Der war schon drinnen, quasi. Wir werden zu überhebeln. Oh man, wie ärgerlich kann das denn sein? Oh man, der hätte da einfach reinschieben müssen, ey. Einmal reinpupsen. What the fuck, Mann. Feiner. Aus damit. Sehr schön. Hier runter, Mächer. Wo unten? Hier oben, ohm. Mächer, guck mal hier unten, wie frei ich bin, Mann. Ganz unten ist so viel Platz. Durch. Brongse. Brongse, Alter! Jo, Alter! Was war das denn? Keller, ey. Brongse macht hier die Solo-Nummer. Geil, auf jeden Fall einen Freistoß hier klar gemacht. Sehr schön, sehr schön. Mike Westergaard. Guck mal, wie die Haare wackeln. Das ist auch neu. Das ist interessant, ne? Das freut dich. Weißt du, Folge 5 von FIFA und er kommt jetzt mit den neuen Sachen an, Alter. Erstmal. Guck mal. Einmal durch. Freunde, der flanke ich rein. Jetzt halt mal bei dir immer auf, wie ich Spülküsse machen. Lass uns das Spielsgewinnen hier. Flanke ich schön rein, Leute. Dann ist das zehn Euro Spaß. Ne, 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 ne. Der kommt da, der kommt da. Boah, schön. Nicht, wenn du schon wieder verlierst. Kade. Zurück, zurück, zurück. Ich rück immer 1-5-Watt-Kette hier. Sehr schön. Boah, war leer. Was ist das denn? Ne, ne, guck mal, guck mal. Da sind alle zu früh draufgegangen, Leute. Wenn wir den kassieren, gibts Ärger. Ruhig, 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 ruhig. Der Trainer hat gesprochen. Der Trainer hat gesprochen. Ergün Atalay. Okay, Major ist der Trainer hier. Trainer spielt auch selber mit. Alter, komm her. Ja, wie bei Manu, ne. Da war das ja auch so. Dennis. Gönnt euch. Boah, Alter. Das ist nicht dein Ernst, du dreckiger. Rot, Mann. Ruhig, ruhig. Wie rauchst du mit dem Penner? Ah, wie geil. Kein Tor. Ganz knappe Entscheidung. Aber warum lacht ihr denn darüber? Ist doch cool, dass sie es so zeigen. Ja, das ist mega geil. Aber finde ich jetzt auch nicht so lustig, wenn ich ehrlich bin. Der bietet sich an. Der bietet sich an. Hier, komm hier, runter, runter. Guck mal, Valer, guck mal. Valer, guck mal rechts. Bitte rechts. Leute, bleibt doch mal ruhig. Echt, Valer. Guck doch mal links, Leute. Boah. Hier unten ist alles zu spät. Mach, was du willst. Komm. Was ist das denn? Mal ehrlich, ich war ganz unten frei, rechts. Und alle, weißt du, wie so bei Find Nemo, weißt du, wo die am Schluss die ganzen Enden sind, alle so meins, meins, meins. Leute, jetzt hört doch mal auf, hier die ganze Zeit die Scheiße hier zu machen. Ja komm, ein bisschen konzentrieren jetzt. Achse. Und wenn wir verlieren, dann heute wieder rum so, weißt du? Ja, ich musste den erstmal anmelden. Bonkse. Dauber. Lassse, ich bin, ich bin Auerarten verletzt. Oh, Taros. Taros liegt. Komm, Dennis. Ich bin jetzt lila, Sascha. Dennis, guck mal hier. Ja, ja, ganz ruhig. Ruhig bleiben. Renn durch, renn durch. Bonkse ist immer lila. Ich bin Bonkse. Ja. Oh, wer ist da verletzt? Ich. Für Dennis, äh, der Sascha mal nicht. Oben, komm, oben. Paul war das doch. Ja, der Lende musst du ja erstmal sehen mit seiner Nase. Ja, komm, Leute. Ne. Ach, das erzählst du doch nicht deiner Mutter, oder? Doch, das erzählst du deiner Mutter. Weil wir spielen wieder noch. Guck mal, wir schickst ein Eintor und dann sind wir heute Siegel. Ja, das habe ich doch gerade Ihnen gesagt zu euch, ihr Dödel. Guck dir das doch mal an. Wie, was ist das denn? Oh, was. Der Tor muss rauskommen. Ja, ich muss doch, ich hatte da keinen mehr, Alter. Die Abwehr, Alter. Du kannst... Das ist... Ne, ne, ne. Das war kein... Das ist Abwehr. Das kann passieren. Ruhige. Wir können Kevin nicht mit... Wir können Kevin nicht mit vier Mann dahin allein lassen. Wir spielen das ganze Mittelfeld. Und warum... Was haben wir gesagt? Wir stellen uns hinter den Ball und gehen erst... Spät drauf. Aber alle sind vorne. Alle. Das muss irgendwie klappen. Ja, aber das kann auch passieren. Das ist auch eine schlimme, wenn wir jetzt ein Tor passieren. Das gehört auch dazu. Aber... Immer diszipliniert weiter spielen. Dann schon ist die Stimmung wieder unten. Siehste, so einfach geht das. Und zack, da gibt's das nächste Wort. Nein, 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 nein. Jetzt geht er hoch. Wir müssen jetzt ganz schön pessimistisch. Ja. Ich dachte, Taurus, weißt du, die ganze Zeit wie so ein Tower-Kloß. Und ja, wir müssen immer motiviert bleiben. Uuuuhhhuhhh! Uuuuhhhhhh! Toooohhh! Fonze weiter! Das war's denn! Was? Da rausflossen! Genau genau, das ist jetzt nicht schön. Ich bin jetzt im Stimmen Abseits. Du hatte die falschen Position. Ohja! Ich bin ja im Stimmen Abseits. Da falschem Position. Ja, dann lasse die Zeit, ja. Ja. Genau, schön locker aufbau. Nicht überstürzen. wir uns alles schon selber hier anfangen weißt du so was war das denn was hat das kommt sehr schön hier geht man den stürmer hier kommt was wir machen müssen wir müssen immer ein spieler hinten haben ja ich meine wir haben ja schon vier verteidigungsspieler und kevin macht das ja an sich auch ganz gut hin und ich mache auch noch das kann doch nicht wahr sein wir dürfen nicht immer gleich so hektisch werden oder euch irgendwie fertig machen das ist ja alles was wir jetzt machen wir jetzt mal auf in den ganzen rechtfertigungen und entschuldigung denn du hat ja schon recht also muss ja schon mit spaß verbunden sein sonst ist aber weißt du dreimal in dieser lage dann da wollte sie nicht schon wieder aber denis kommt dennis kommt das ding doch du kleiner mann sagt herunter und darunter sascha ganz ruhig schade habe ich heute was macht ihr was war das denn der hat mich gefault ich hab den manager gefault ich wollte gerade sagen warte mal warte mal wer wegfliegt wer steht denn an der mitte der manager kriegt voller sandwich ab motion capturing vom feinsten hier ok ich habe richtig ich muss nur der elfer mann hier schießen komm ruhig ok 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 2-1 man sauber hier hört mir hin hört hin dauer dauer ein bild von einem mann sehr schön leute ich glaube da brauchen wir nur die torlinie technik super alter super aber leute nicht wieder den selben fehler ne ne alles ruhig wir lernen ja auch aus fehlern jetzt doch freund weiter außer leno das ist auch für eine schöne Ausnahme guck mal jetzt werdet ihr alle wieder lustig und so weißt du wir haben nur das kraftgelassen spiel genommen wird spielen stein weisenden lenken aber trotzdem es wäre direkt das gerät oder sekundweise da kommen leute kommt ok äh ich möchte ganz so sagen ich will nicht den oberbabu hierbei viel verspielen aber ich will einfach nur nicht dass wir verlieren so das wurde immer gesagt haben ja was war das denn für eine scheiße guck mal der torwart rennt immer noch seit fifa 2014 gegen das eigene netz so weißt du doof zum scheißen hier also wir sollten das jetzt noch über die halbzeit bringen das finde ich aber auch wär ein bisschen schlecht wenn mich was ist das denn hier ah der abschuss wieder weißt du das bringe hin da habe ich gar nicht hingelenkt ey warum hat der Handschuhe an was kalt ist ja voll alter was war los alter ich meinte Valéa ist übrigens richtig scheiße in der Defensive der war wie gesagt vorher stürmer yes halbzeit super boah ok kurz durchatmen einmal und dann irgendwie eine Nachbesprechung oder so was man noch machen kann von der Kamera man da läuft einmal so das ganze Zeit so guck mal 55% Ballbesitz Leute hier das muss jetzt laufen nur zwei Zweikämpfe alter vier Fouls haben die gemacht vier Fouls zwei Kämpfen sind wir richtig schlecht was ich einmal krass finde dass man wirklich immer die ganzen 30 Sekunden warten muss bis man also was macht der Gegner denn da immer ja aber guck da steht ja Pause warten auf Gegner was machen die denn immer ja keine Ahnung die hobeln sich da noch ein oder was weiß ich so lecker das ist das schöne Tor sehr lustig ach was sehr lustig was sehr lustig ne 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 FIFA ist schon ein Ding für sich ping hier glaube ich wird spoilt so jetzt geht es weiter hier bei der Halbzeit meine Damen und Herren so jetzt spielen wir auf die andere Seite Porn sagt die Regeln des Fußballs verstanden Alter Leute geht doch drauf was macht der denn da Alter ne ne das wäre unfair gewesen komm wir sind schon Fairplayer hier das wäre wir hätten es bei sowieso alle irgendwie schnappen müssen eigentlich oh 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 Curry Curry King komm schon oh na klar kommt der auch noch an weißt du natürlich aber der nicht so oder so nicht bin wir eigentlich im eigenen Stadion ja ne na jetzt schon ruhig im Backofen da ist ja unser Stadion ja wir sehen die Muffins genau sehr schön Sascha sauber also das sprintete los ich glaube die nicht alle nach vorne spinnen ich glaube ich nochmal abwämmt genau willkommen oh hammerschuss boah was machst du denn Sascha wir müssen irgendwie ein Ball kämpfen schön geklärt Dennis wir fast noch reingekommen aber guck mal alle guck mal alle sind wieder nach vorne gerusht weißt du warum manche müssen auch hinholen ne dich meine ich davon fühlst du dich mal angesprochen ich meine gar nicht er war nur Sascha und Dennis da vorne ne danach kam direkt drei Leute in der ja ich meine ich habe alle gesehen das hast du brauchst damit jawoll ja ja abseits abseits ne ach doch doch egal mach nichts gut Leute hauptsache wir halten jetzt dagegen ja wir müssen das Ding jetzt hier gewinnen mal hier mal hier ne Liga aufwärts der würde den Kampf geistig verlieren ach warum renne ich weiter das war so dumm von mir mann 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 raus damit ganz ruhig hey was hat er jetzt abseits ok abseits also ich dachte warum bleibt er denn jetzt stehen ich habe kein bock mehr das schon faul oder so hat er putz Ugala Bazaar Gala so Freunde äh damit da haben wir denn hier der mädchen ich bin auch da mädchen eingeschossen wird beim viva game ich wollte mal kurz so ich tue mal rechts da vorne jetzt was mhm deine Stimme klingt so so rauchig schön Alter der Keeper alter alter jesu 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 umstehen jetzt unten 3 leute frage ich mich auch da einwurf Curry fünft lauf lauf Ball kommt Eckball 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 Nein, 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 hat er. Wow, Alter. Gibt's doch gar nicht. Weiter so, weiter so. Zurück, Leute, zurück. Den eigenen Mann, den wir vom Kopf. Komm her. Komm, oh, Bitch. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Hat der Curry. Ja, ganz locker. Hier oben, Curry, guck mal. Ein großer. Immer schön nach hinten, genau. Dennis. Oh, nein. Hass, 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 runter. Sehr schön. Wenn du jetzt einmal hier, komm. Sehr schön daraus. Bin die Flanke. Was war das denn? Komm, komm, komm. Drück. Das schon. Komm. Alter, es gibt doch nichts. Ich stehe im Tor. Valera, Valera. Komm, Hass, doch. Sehr schön. Sehr schön. Hier, komm. Ja. Ja. Oh. Schön gespielt. Oh, oh. Hit. Oh, Glück gehabt. Wir haben so ein Glück in dieses Spiel. Das war die höchste. Was? Alter. Das war an der Platz geflogen. Mega unfair eigentlich. Ja, so. Chilis Bazaar. Ja, und aber mal ganz ehrlich. Wir haben in den letzten Spielen so viel Pech gehabt. Da können wir auch mal ein bisschen Glück gebrauchen. Ja, klar. Ich finde, ist ja nur fair. Ich wollte gerade sagen, wir erarbeiten uns ja so langsam die Angriffe. Die Chancen. Also, ich stehe mit vorne, denke ich gerade. Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Lass erstmal. Enten ist keiner. Ich wollte gerade sagen, da muss irgendjemand den einen Spieler da vorne decken. Der weiße da oben. Seht ihr den? Nee, fang rein. Ich gehe mal hoch da. Boah, kommt er durch. Eigentlich müssten, ja, genau. Was denn? Nee, nee, aber wir müssen immer welche hinten haben. Weiß wegen Kontra oder was. Naja, wir hatten ja einen hinten, aber da stand noch ein weißer Spieler, der stand da ganz alleine. Lennon und ich stehen jetzt immer hinten eigentlich. Das ist nicht das Problem. Eckball, Leute, der war noch abgefälscht. Ja, okay. Das geht ja im Mager, warum noch mit? Ja, ja. Wo seid ihr bereit? Ja. Ist gut. Boah. Let's go, go, go nach hinten. Hasser, sehr schön. Genau so muss das sein. Da muss er nur noch stehen. Ah, shit. Pass auf. Ja. Alles gut. Hasser. Alter, was ist denn da los? Alles gut, der ist halt nur durchgebrochen. Naja. Auf, haben wir. Leute, ihr steht alle auf einem Fleck. Ihr müsst euch mehr verteilen. Genau. Jetzt durch. Ah, fuck. Die Anspannung hier, ey. Ja, ja. Na, 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 na. Warte mal, warte mal. Genau, wir müssen die weit jetzt drüber bringen, eben. Das kriegen wir hin. Oh, sauber. Das lauf, was das Zeug hält, die letzten Minuten. Ja, oder eines verletzten, mit der Schinke. Curry. Pass, Bronze, Bronze, pass. Sauber. Ist nochmal durch. Sauber. Sehr schön. Thomas, ich laufe um mit, wenn du es schaffst. Sehr schön, Sascha. Sehr schön, Sascha. Fangt das nicht durch. Alles Zeit, alles Zeit. Das ist gut. Super durchgekämpft. 89. Minute. Komm schon. Curry, ist bei dir auch dreckig? Tauber. Ich muss anfeuern, Mann. Hardcore und dreckig. Ich muss hier vorne stehen, falls du es irgendwie hinkriegst. Nee. Nee, nee, ich meine, jetzt pass mal, pass mal hoch, Bronze. Bronze. Schön. Schönes Ding. Sieben Minuten Nachspielzeit, kommt schon. Furio mit einem dreckigen Trikot. Wir müssen ein bisschen auch so auf die Schirmer spielen, ist mir mal aufgefallen. Sehr schön. Ja, das Ding ist gelaufen, Leute. Hinten rum. Genau, Zeit, 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 Zeit. Genau, schön. Ganz locker. Jetzt einfach weghauen, weghauen. Mach mal durch. Matcher. Matcher. Oh, ich sage, es gibt noch einen Einwurf für uns. Was ist das Spiel ab, Mann? Reif doch mal ab, du Dödel. Keeper hat die sicher, jawoll. Jetzt aber. Was ist das? Ja, go. Schönes Ding, schönes Ding. Das gibt es doch nicht, dass ich das noch erleben darf. Nach zwei Niederlagen mal gewonnen, meine Damen und Herren. Wir haben wieder einen Punkt geholt, endlich in der Liga 10. Drei Punkte. Oder drei, ja genau, drei Punkte. Boah, da muss man ja erstmal durchatmen. Das war ein richtig heftiges Spiel. Danke für eure Treue. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge übermorgen um 14 Uhr. Da kommt FIFA immer alle zwei Tage 14 Uhr. Drückt uns die Daumen für die nächste Partie. Und cool, dass wir jetzt so vollzählig sind. Hier nochmal die Highlights. Danke für euren Support. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Autsch.